So, wie immer, die beiden Mülltonnen voll, damit sie schön stinken. Gute Nachricht, wir sind endlich mal unser Müll losgebrochen. Ich möchte auch noch mal was zu sagen zu den Einleitungen von Giften in unserer Wohnung. Man macht immer ein bisschen, also ein bisschen von Diesel, ein bisschen von Benzin, ein bisschen von Verdünnung, bestimmte Reinigungsmittel, immer so ein bisschen. Ja, weil man will was erreichen, weil wir haben natürlich riesige Probleme. Und Sie hören ja auch, wie ich lache. Ich habe Schmerzen dabei, also mir macht es keinen Spaß mehr zu lachen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.